Hallöchen, da bin ich wieder in Farquay 3, wo wir jetzt eine kleine, ich glaube, Auftragsmörder-Mission machen. Alter, was sag ich da? Y war taggen mit der Kamera. Dann wollen wir das auch mal machen. Das ist unser Hauptziel. Wir bräuchten irgendwie einen Sniper, so. Okay, der kümmert sich da drum, der kümmert sich da drum. Okay, Alter, der hat ein Messer in der Hand. Ich versuch die mal hier ein bisschen anzuloggen. Okay. Ich glaub, der hat das gehört, okay. Okay, okay, okay. Aber hier die, Alter, jetzt sieht das geil aus hier. Richtig nice. Die Grafik ist einfach überwältigend. Noch für dieses Spiel. Ist ja schon ein bisschen älter jetzt. So, ich hoffe doch, er kommt schon rein. Dann machen wir das so. Wie in der letzten Folge. So, jetzt komm. Komm, komm ran, komm ran. Okay. Jetzt lauft er rum, lauft er rum. Alter. Jetzt lauft er hin los. Jetzt lauft er doch hin, Mensch. Alter, der dreht sich die ganze Zeit um. Ich mach den jetzt von hinten kalt. Und wir verstecken uns schnell wieder hier oben. Alter, war das knapp. Ich glaub, der hat mich fast gesehen da unten. Wir können ja jetzt auch so schlittern. Das ist ziemlich praktisch. Den müssen wir mit einem Messer an den Griff besäutigen. Den lieben Anführer, der da so gelb markiert ist. Okay. Okay, hat er das gehört. Okay, hat er gehört. Leck mich fett, old horse. Oh, scheiße, kommen jetzt beide. Oh, alle drei. Na, herzlichen Glückwunsch. Tauchen hier mal so ein bisschen lang hinter die so. Aha. So. Hier rüber. Scheiße, ey. Kommt wieder hier rüber. Das wird ein bisschen schwer gerade. Ich gehe ihn nur mit einem Messer, um zu nieten. Mit einem Messer oder Takedown. Oh, scheiße, 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 scheiße. Er hat mich fast entdeckt. Wow, holy shit, holy shit, holy shit. Holy shit, holy shit, holy shit, holy shit. Alter. Alter. Okay, okay, ich muss das nochmal anders vorgehen. Das klappt ja hier gerade gar nicht. Wir haben noch zwei Granaten, okay. Wir versuchen hier erstmal wieder alle zu taggen. So, haben wir wieder alle. Dann ist das natürlich einfacher. Dann ist das natürlich einfacher. Was, wenn wir es nicht machen, wir denn? So, hier lang. Steht er genau in der Mitte. Ich misste ihn eigentlich, den alleine. Hier nach vorne. Genau, du kommst jetzt an. Komm, komm weiter. Komm hier ran. Sehr fein. Immer weiter, immer weiter. Schneller, schneller. Los, los. Wie ich das hier gerade sage, total. Assi. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Boah, geil. Boah. Ich glaube, wir hätten uns doch das Leben holen sollen. Und nicht das Abkaufen mit der Granate. Weil, Alter. War das gerade knapp. Oh. Die wollte ich nicht. Ich wollte nur... Alter. Hallo. Ich will ihn untersuchen. Genau. So. Da haben wir doch jetzt auch ordentlich Kohle gemacht. Naja. Ist der dritte im Bunde egal. Wir müssen ja jetzt nicht jeden untersuchen. Es wird auch zu lange dauern. Da kann man jetzt kein Schweinsleder mehr mitnehmen. Wäre auch zu schön gewesen. Und da unten sind hier Truhen im Wasser. Ich die beide schaffe. In einem Tauchgang. Ja. Alles easy. Alles easy. Was machen wir als nächstes? Wir haben ja eine Prüfung der Rakaiat. Rai... Rak... Jad? In dem Shop ist was... Funkturm. Funkturm ist gar nicht mal so blöd, wenn wir das machen. Hier zu diesem Funkturm fahren. Weil wir bekommen ja dann neue Waffen. Auch eventuell eine gescheite Gratis-Waffe. Nehme ich mal mit. Oh. Hallo. Alter. Holy shit. Alter. Alter. Wie krass. Aber Hundefell kann man hier bestimmt gebrauchen. Nehme ich einfach mal mit. Ich hätte nicht gedacht, dass er mich sofort auch so angreift. Das wäre jetzt krass. Oh. Du bleibst da. Dann bleibe ich auch hier. Oben rechts. Im Surround. Ist was. Ist hier irgendwas. So war mal ein bisschen in. Oh. Hä? Hä? War da grad irgendwas? Oder unten? Ne, das sind... Unsere Kämpfer. Die lassen wir auch... Oh. Shit. Die lassen wir auch schön da stehen. Ah, so können wir uns auch ein bisschen heilen. Auch wenn wir gar keine Spritze haben. Okay, hier war grad das Schwein. Alter, ich kann jetzt... Oh, geil. Ich mach schon mal die Geräusche zum Schießen. Fahren wir lang? Ich denke, wir fahren mal hier lang. Oh, geil. Was haben wir denn da? Höh. Siehst du, so geht das Jagen doch einfach am leichtesten. Oh, oh, oh. Alter. Wow. Okay, den hätten wir so, glaube ich, nicht bekommen. Netter Tigor. Geil. Das haben wir doch ganz gut gemacht. Also ich. Wer guckt da nur zu? Oder ich returne in der dritten Person von mir. Psst. Okay. Ist da wer? Hier laufen ganz viele Schweine rum. Aber ich glaube, ich muss da rüber. Okay, da ist schon der Turm. Oh, oh. Wasser, Wasser, Wasser. Hallo. Bleib stehen. Ja, genau so wollte ich stehen bleiben. Ist ja eigentlich Hajo oder sowas. Ich glaube, nee, im Wasser sind wir relativ safe. Da gibt's nix. Können wir uns gut verstecken. Oh, das Boot ist geil. Schöne Hüte. Da ist aber auch nix. Wow. Hier ein Auto. Scheiße. Hä? Oben rechts, oben links, oben rechts, oben links. Beziehungsweise vorne rechts. Tork, ja, Kopfhörer. Und in der Community nochmal die Frage, ich habe ja das Problem, dass der lieber, wenn ich mit dem Cobalt aufnehme, dass er so leise ist, bei ihm geht. Er benutzt auch ein anderes Headset. Ich benutze ja das Wazer Kraken 7.1 USB. Das hat ja, glaube ich, auch eine intrigierte Soundkarte. Soundkarte. Oh. Nice. Ähm. Vielleicht liegt es daran, weil dann das eine über... Die eine Soundkarte geht und das andere über Kopfhörer. Ich glaube, In-Game-Sound geht dann über Kopfhörer. Und irgendwie Skype... Wow. Ich tag die mal. Vorsichtshalber. Geht, glaube ich, irgendwie... Was wollte ich sagen? Nehmen wir einfach mal alles mal mit. Geht ja, glaube ich, dann über das ganz normale... Soundkarte und nicht über den Kopfhörer. Vielleicht liegt es daran, dass er dann so leise ist und das nicht so ganz gut ausgepegelt. Naja, wer das gleiche Problem hat, auch mit Razer Krake und es behobt bekommen hat... Pauly? Oh. Oh. Ja. Das... Das ist aber gerade relativ... Sehr unpraktisch. Oh, shit. Alter, was machen die denn alle hier? Wow. Und ich werde von Hunden, Hunden, Füchsen, alles angegriffen. Alter, scheiße, 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 scheiße. Schnell, 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 schnell. Immer noch hinter mir her? Ne, okay. Oh, scheiße, da komme ich natürlich nicht hoch. Ah, Pilz in der Tiefe. Sprich mit Dr. Earnhardt. Earnhardt. Das werden wir dann als nächstes tun. Aber zuvor klettern wir hier auf den netten... Turm. Hä? Da oben? Okay. Okay, ach so, kommen wir hier drauf. Alles easy, alles easy. Hä? Hä? Ah, okay, klettern. Ist ganz nice gemacht. Oh, Geld nehmen. Ja, ja, wieso nicht? Können wir ja immer mal gebrauchen. Wow. Alter, kommen schon wieder welche. Alter, warte, 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 warte. Bleiben die hier stehen? Oh, shit. Dann gehen wir nachsehen. Boah. Okay, sehr nice. Ich wollte das einfach mal nur mal ausprobieren. Hat mir jetzt nicht viel gebracht, außer ein paar XP. Und eine 10D-Multi-Küll. Oh, scheiße, jetzt fährt ich das. Hä? Okay, man muss das so hintergehen. Hä? Qualms schon wieder? Da hinten auch. Da und da. Was hier machen? Hier überall Feier im Dschungel. Wenn hier... Die halten nicht so viel von der Brandschutzordnung. Glaube ich. Okay. Sind wir ganz oben, oder? Ja. Und hier... Aktivieren wir den schönen Funkturm. Also los. Tok! Tok! Ist ja witzig, weil hätten die da auch so ein kleines Minispiel eingebaut. Ist man dann irgendwie so ein Code? Ja, Rad muss irgendwelche... Stromkreisläufe hin und her schieben, irgendwas. Oh. Ah, okay. Das werden wir... Ich denke, sofort überfallen. Da, dieses Lager. Das war hier ganz in der Nähe, glaube ich. Das sah so aus. Ja, jetzt haben wir hier die Karte. Okay. Ja, das ist hier ganz in der Nähe. Der liebe Rosthof. Müssen wir in die Richtung, oder? Yo. Oh, ein Fähigkeitspunkt! Was können wir nehmen? Top. Tot von oben. Mhm. Ruhige Hand. Spritzen. Hüftschütze. Ah, genau. Das wollte ich mir holen. Das ist... Oh, ein neues Tatau. Ein schöner Hai. Oh, AK-47 jetzt gerade ist im Shop. Und Skorpion. Alter, und Universalwerkzeug. Alter. Alter, wir haben aber gerade ganz schön viel freigespielt. Wo wir nur ein kleines Türmchen da... ...aktiviert haben. Alter. Die sehen nicht so freundlich aus. Ich kann mir ja... Man kann es ja gucken. Oh. Raubtier. Alles. Muss ich aufpassen. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Waren das alle? Kann ja nicht schon alle gewesen sein. Ich docke mich mal so ein bisschen. Oh, scheiße. Ich glaube, die haben Hunde. Hunde sind echt mies. Oder warte. Das und steig hier hinüber. Schaffe ich ihn? Alter, scheiße. Okay, Verstärkung. Okay, warte. Hier. Was ist das denn? Wow. Wir sind jetzt eine halbe Stunde da. Ja. Alter, scheiße, 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 scheiße. Alter, lad nach, lad nach. Lad doch nach, du Eumel. Oh, scheiße. Wir bekommen sofort Verstärkung. Wow. Holy, holy shit, holy shit, holy shit, holy shit. Was? Was ist das doch immer mir passieren muss? Oh, scheiße. Da kommt schon die Verstärkung. Ich sehe es auf der Minikarte. Äh, Minikarte, Minimap. Alter, ist das krass. Warte, wir haben Motowol-Cocktails. So, hier einfach mal ins Geplänte rein. Und Feuer. So, okay, geil. Von hinten. Alter, der lädt so lange nach. Ist einfach noch, für mich noch viel zu wenig Munition drin. Alter. Scheiße, ich habe gleich keine Munition mehr. Switch mal die... Alter. Scheiße. Switch mal schnell die Waffe, wollte ich sagen. Alter, ist das krass. Tschüss. Okay, mit der kommt man noch sehr weit. Ich glaube, das ist die AK. Oh, Kopfschuss. Nice. Und wir haben einen neuen Stützpunkt. Ein bisschen schlecht als recht eingenommen. Aber, IO. Lassen wir mal durchgehen. Okay, es war wirklich echt scheiße. Batterien. Batterien. Ist doch kein Outlast. So, dann plündere ich hier erstmal noch. Und dann... Mache ich wieder einen kleinen Cut, wenn es recht ist. Naja, ich kann ja eh nicht drauf reagieren, wenn ihr Nein sagt. Machen wir erstmal wieder einen kleinen Cut. Den wir hier alle abgeplündert haben. Oh, da hat er sich nicht gebückt. Okay, auch gut. Genau, hier in den Shop gehen wir noch eben. Das Lager. Lager. Die nehmen wir noch mit. Also... Wir nehmen wir nicht selber mit. Wir nehmen nur mit. Weißt du? Ah ja, egal. Der arme Hund. Oh, das ist so mies, ey. Dass man auch Hunde so abschlachten kann. Das ist... Weiß ich nicht. Ich finde das schon ein bisschen krass. Aber... Ist ja auch ein Shooter. Und dann sollte... Okay, was machen wir mit den... Hä? Was machen wir mit den Speicherkarten? Ich glaube, mit den Speicherkarten kann man irgendwas machen. Aber ich weiß gerade überhaupt nicht was. Wir können auch herstellen. Robust. Karsoleder. Was brauchen wir da? Tapir. Uiuiui. Brennstoffgurt für Flammenwerfer. Ja, wieso nicht? Wenn wir gerade sowieso schon Hundefell im Überschuss haben. Also, was war alles kostenlos? Die AK... Die ist... Das... Die... Doch, besser oder nicht? Schaden. Okay, die haut mir rein. Fuck, machen wir noch einen kleinen Schnellverkauf? Ähm, was war noch kostenlos? So eine MP. Oh, das ist natürlich auch geil. Vergleichen. Mit dem... Mit der AK. Ja. Okay. Da ist die... Viel besser. Hinschlusssequenz. Na, 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 na. Scharfschützengewehr. Scharfschützengewehr. Ist natürlich geil, wenn man nur aus dem Hinterhalt... Aber ich glaube, das kriege ich nicht so ganz hin. Nur aus dem Hinterhalt anzugreifen. Deswegen nützt uns das nichts. Ich fülle mal hier Inventar auf. Hier haben wir erstmal... Das sollten wir uns dann später mitnehmen. Okay. Okay, wir sehen uns also in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, Let's Play Far Cry 3. Nochmal zur Anmerkung, schreibt mir Kommentare, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, was ich besser machen kann, was ich besser machen kann, was ich nicht besser machen kann. Äh, nee. Äh, egal. Ähm. Ob es euch das Spiel gefällt, was ich vielleicht noch gamen soll, was ich schon tausendmal angefragt habe. Ich soll doch unbedingt Minecraft spielen. Ich weiß nicht, ob das so spannend bei mir ist. Weil, keine Ahnung. Minecraft ist okay, aber... Ja, irgendwie... Es gibt zwar Let's Player, die so mehr als tausend Folgen gemacht haben. Ja, ja, Kronk. Kennt bestimmt hier jeder. Aber, keine Ahnung, ob ich das auch so lange durchhalten werde. Ob es bei mir noch so lange Spaß machen wird. Vielleicht, vielleicht nicht. Ich werde es irgendwann mal vielleicht spielen, Minecraft, paar Runden. Aber zu zweit habe ich halt einfach MTA und halt Far Cry 3. Und was ich noch zu sagen will, so. Gebt ein... Schaut in der Infobox. Dort ist eine Verlinkung zu meinem lieben Freund, dem Kobold LP. Ja, ja. Ähm. Und halt meine Facebook-Seite. Pipapo. Gebt mir doch gerne ein Abo, wenn es euch gefällt. Ja, das sage ich jetzt noch so. Hehehe. Denn... Dann seht ihr immer die neuesten Videos. Neue Ankündigungen. Neue Spiele. Also, wir sehen uns dann. Demnächst. Ich habe schon wieder zu lange rumgequatscht. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Bis dann. Bis dann. Ich hätte fast schon wieder F9 gedrückt. Hehehe. Dann warten wir die anderen Videos weiter.